Willkommen im Schnäppchenkeller von profischnapp.de Hier habe ich ein ganz tolles Sofa für Sie und zwar Toskana 1 von Tommy M in einem ganz tollen Leder und zwar Diesel Brandy naturbelassen pur 1,85 Meter lang ein EDV-Fehler Was ist denn das? Ein EDV-Fehler Nun, bei Bestellungen wird mit Codes gearbeitet ein Code für das Leder ein Code für die Größe des Sofas ein Code für die Fußausführung alles mit Codes verschlüsselt und wenn da eine Zahl falsch eingegeben wird wird das falsche Sofa produziert der Kunde möchte es dann nicht es ist fertig und wir können zuschnappen 1A Qualität neu ein naturbelassenes Leder der Sitz ist überraschend fest für Tommy M die Armlinien flauschig das Leder extrem angenehm naturbelassen hier sehen Sie alle Naturmerkmale wirklich was Schönes auf kleinem Platz genug Platz auch zum Liegen da die Armlinie niedrig ist die Kissen sind lose werden wie immer bei Tommy M mit so einem Ziehband fixiert können aber dann jeder kann sich's richten wie er will ja und schon hab ich's bequem wenn Sie ein naturbelassenes echtes Leder Sofa ein Cowboy Look klassische Optik suchen Toskana 1 mein Tipp der EDV Fehler spart Ihnen viel Geld 1.92 Euro Plus Transport für Toskana 1 ein Schnäppchen für Sie würde mich freuen Dankeschön und Tschüss zäppchen bis hier Bis hier bis hier bis here bis hier bis hier